ja noch mal da lohnt sich willkommen zurück hier möchtest vor sich davon ist ein hunde ja die brauche ich zwei stück tötete nur noch das feuerschaden aber ich kann nur ein zwei wo seid ihr denn die war aber noch einer das nur eine da ist noch die waren die einzigen sie was ich gehört habe die was irgendwie laut war höhlenhunde mit feuerschaden habe ich doch jetzt warum das nicht gezählt durchs verarschen ist die abfackeln mit einer blöden ding kann ich mit wirklich nicht war schon einer da war aber ziemlich nahe hier der spieler ja dann vielleicht darüber gegangen sein wirklich und 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 Dich war nicht wir müssen komplett runter jetzt kommen sie werder mann wenn schon auf dem weg denke ich ich habe irgendwie schlechte verbindungen anscheinend ich auch heute den ganzen tag gelb ja ja bei mir auch schon ganz fast was zum punkt ja was sind da jetzt trainer hochgegangen wenn die run muss noch mal ganz kurz schnell die munition beholen also leise ist heute was anderes hier du meinst wir beide oder eine einzige patron habe ich rausbekommen willst du mich verarschen spiel ganz ehrlicher was von meiner drachen hast du irgendwas zum kaputt und für die feuer männer hinter uns hinter der ding ist was habe ich mitgenommen habe ich glaube ich auch tot ja aber ich habe mitgenommen ich muss doch nicht der lebt noch der hat die hälfte weg alter über die hälfte die hälfte aber genau weg so ein drecksacken blöder aber vielleicht habe ich ja zumindest schon mal ein kill mit dieser blöden bisschen schaden mit dieser blöden lanze jetzt aber das zählt mit was hast du den ding gemacht gehabt oh nein das zählt nicht ich muss die abfeuern oder was wen die spreng lanze schlag zählt nicht die mussten aber nicht wirklich getroffen haben weil der war tot ich habe einen kill gemacht der ist dann machen das zwei oder war das dein kill ich gucke gerade mal kann natürlich sein dass du den gekillt hast und ich habe meinen nicht doch deine tötung ich habe ihn umgebracht mit der lanze aber das täte nicht das muss geschossen werden wahrscheinlich da traumhaft oh ich habe ihn vergiftet sehr schön ich habe meinen billi freigeschalten na das ist doch schön das bedeutet warte mal ganz kurz fortschritt questreihe ich gehe mal auf die neue questreihe ich troffe kopf was haben wir denn da ist jetzt eine feinliche jäger in brand gift schaden mit Jäger was ist denn Rie Jäger Bis zum nächsten Mal.